Hallo, liebe FCK-Gemeinde. Wir kommen aus Ingelheim am Rhein, in der Nähe von Mainz, also im feindlichen Gebiet sozusagen, und sind eine volle FCK-Familie. Alle infiziert mit dem Virus und Sie sehen es bei meinem kleinen Sohn, der seit seiner Geburt auch schon FCK-Mitglied ist und jetzt auch schon das fünfte Mal mit auf dem Betzenberg ist. Bei uns dreht sich sehr viel um den FCK. Ich bin seit 1977 auf dem Betzenberg und feiere nächstes Jahr mein 25. Vereinsjubiläum, gleichzeitig meine 25 Jahre Dauerkarte. Ich trache mit voller Stolz das FCK-Emblem, nicht nur am Spieltag, sondern auch in meiner Freizeit. Wir zeigen, dass wir zum FCK stehen und wir hoffen, dass es die nächsten Jahre erfolgreich weitergeht, dass die Fangemeinschaft zusammenbleibt und dass der Mythos weitergetragen wird. Mein Alfons, der Mann, nee und der Klaus, ja die fahren stets zum Betze hinauf. Zu jedem Heimspiel fahren die, auch manch Auswärtsspiel besuchen sie. Ja, dann ist das immer wie verhext, drei Punkte auf dem Betze seien dem Lever als bei mir sechs. Bei der Anreise zum Beispiel damals in der Oberliga in Speyer, da durfte ich bei den Spielern vorne im Bus sitzen. Und das war für mich das größte Erlebnis. Oh, ich wache den Supermichte. Ich trete das nicht. War ja